Okay, 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 und los, los, los! Doch, einfach raus, Max, einfach raus! Hey und Willkommen, ich bin der Bergmann und ich grüße euch zu einer neuen Folge von GTA Online. Zusammen mit Max, Tarros und Fabian. Es ist vielleicht essentiell, dass ihr die letzte Folge gesehen habt, wenn nicht, ich hole euch kurz ab, Leute. Denn wir sind wieder hier gemeinsam mit unserem Hackerfreund und der hat was ganz Besonderes vorbereitet für uns. Nämlich eine ganz, ganz große Antanow. Ein Flugzeug, das die Möglichkeit hat, hinten eine Luke zu öffnen, wodurch ganz viele Autos reinfahren wollen. Und wir sind hier gerade so in einer lustre Lundenrunde. In einer Lundenrunde? Ah, guck mal, hat er sogar schon hingestellt hier. Deswegen steigen wir jetzt alle in die Smarts rein und gucken mal, was passiert, wenn wir mit dem Plan ein bisschen rumfliegen. So, aber wollen wir jetzt dann schon langsam reinfahren? Oder, achso, okay, weil ich fände es schon geil während der Fahrt halt, weißt du? Starte schon mal. Okay, Leute, mega der Action-Moment jetzt. Also, bist du da? Ja, ich habe auch schon zu fahren. Okay, er startet schon mal. Das fühlt so ein bisschen, als wäre er der Kameramann da drüber. Ich habe ihn auch für keine Autos. Okay, ja, los, los, Leute, rein, 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 rein. Loll. Kommt rein. Sascha, bitte nicht, ey, warte. Hä, ich bin ganz normal geradeausgefahren. Fahrt doch rein jetzt. Lass da, Alter. Ja, nee, Sascha hat mich gedreht, Alter. Oh nein, 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 oh Gott, nein. Okay, das läuft ganz anders, als ich mir das vorgestellt habe. Oh, ich bin der Einzige, der drin ist. Sascha, das Einzige, der hat mich gedreht. Ich komme wieder raus. Ich komme wieder raus. Nein, er startet, er landet doch mal. Oh, Alter, nice daraus. Komm, das schaffen wir noch, das schaffen wir noch. Das schaffen wir noch. Doch, 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 doch. Einfach jetzt. Okay. Oh, Bobbele kommt wieder. Ihr müsst, ich weiß nicht. Bobbele kommt und wird gleich wieder alles wegsprengen hier bei uns. Bobbele kommt. Bobbele kommt. Lasst mich rein, lasst mich rein, macht die scheiß Luke auf. Was für den Trehpacks hängt da so komisch dran. Ja, und rein, und rein, und rein, und rein. Okay. Alles klar. Moin. Go, 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 go. Alle rein jetzt, alle rein. Sehr gut, sehr gut. Das wird niemals gut gehen. Wir schließen die Tore. Oh Gott. Er hat zugemacht hinten. Ja, ja. Na klar. Wie gerade ist das denn? Ab geht's. Hier gehe ich nie wieder weg. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Kriegen wir schon? Ich weiß es nicht. Es rumpelt auf jeden Fall ganz. Jetzt gehe ich ab. Ist er vorne offen? Ist er vorne offen? Wer traut sich auszusteigen? Oh, oh, oh Gott. Oh nein, 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 nein. Ich bin nicht ausgeschnitten. Ich bin nicht ausgeschnitten. Ich bin nicht ausgeschnitten. Meine Tür ist weg. Oh, 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 oh. Du musst die Haffe abheben, oder? Ah, ah, ah. Man weiß auch nicht, was passiert wird. Nee. Vor allem für irgendjemand pallert einfach draußen die ganze Zeit auf uns. Wer bei uns bumst hier durch, ey? Oh. Aber ich glaube, wir sind schon in der Luft. Oh Gott, oh Gott. Das sieht nicht gut aus. Wir heben gerade ab. Hier ist mir so ein Fallschirm fürs Auto. Wir heben gerade ab? Ja. Oh, Alter. Zero Gravity, ey. Ja. Stehen gerade übrigens. Fliegen wir da hinten. Fliegen wir da hinten. Fahr mal da hinten, bitte. Nee, kann ich nicht. Wir sind schon in Liberty City. Nicht du, Sascha. Ich meine die anderen hier. Fahr mal da hinten. Chris und so, fahr mal weiter nach hinten, damit wir hier wegkommen. Ich fahr dagegen an. Wir fliegen wirklich. Wir fliegen. Das ist so nice, Mann. Wie siehst du das denn? Wie siehst du das denn? Ja, weil wir über Meer sind. Ja. Oh, ich lebe. Wie viele Autos sind die komplett zermatt? Oh Gott. Kommt doch her. Trau doch. Kommt zu mir. Ja, okay. Kommt drauf. Oh Gott. Nein, Taros. Komm, steig ein. Nein, nein, Taros. Jetzt jemand mich aber echt umgefahren. Aber warum bist du denn noch ausgestiegen? Ja, einfach eine kleine Challenge. Tim hat schon wieder Ärger gemacht. Ich habe meine Versicherung noch dran. Ich könnte jederzeit... Nee, bitte nicht. Wer hängt denn da hinten? Ich wollte es nur sagen. Ich wollte es nur sagen. Ach, du hast Antin die Versicherung dran gemacht? Ja, ja. Ey, ganz im Ernst. Aber wenn du den hochsprengst, dann würden wir doch hinten rausfallen alle. Oh, oh. Okay, es hat nichts bewirkt. Ich glaube, wir brennen. Da brennt was. Das ist, glaube ich, das Auto von... Weißt du was? Luke öffnen! Wir sind doch nicht überm Wasser. Nein, wir sind nicht überm Wasser. Oh, oh. Schieben runter. Oh Gott, ich glaube. Wir können das Auto als erstes rausschieben. Seid ihr so weit? Vorne raus. Warte, warte. Ja. Seid ihr so weit? Wofür? Ja, raus. Okay, okay, okay. Und los, los, los. Nee, noch nicht, noch nicht. Doch, einfach raus, Max. Einfach raus. Geil, Alter. Perfekt. Sorry, aber das Spiel hat selten so viel Spaß gemacht wie mit dem Hacker. Du spielst sozusagen majestätisch abstürzt. Der Bergmann ist gestorben. Hä? Ich bin nicht gestorben. Eine Fahrradtour, das wäre es so. Ja, okay. Fahrradtour hoch auf Mount Stil. Machen wir danach. Ey, das ist aber auch wirklich hier viel zu viel für mein Herz. Immer dieses Auf und Ab, plötzlich schnelles Auto, wieder langsam aufs Fahrrad. Ich mach mal so einen nicen Jump bei den Korb. Mal gucken, was er davon hält, Alter. What's this? Oh, Alter. Habt ihr das gesehen? Ich hab kein Stern bekommen. Achso. Wir werden beschossen aus der Luft. Ja, aber wir sind unsterblich. Und Barry ist das, oder? Holy shit, was ist denn los? Wer ist das? Oh, Alter. Der hat ein nicest Anstrengen, Alter. Ich brenne. Ich kann sterben durchs Brennen. Oh, Barry. Barry hat Bock zu ballern. Barry kriegt von mir jetzt mal richtig einen rein, ey. Alter, Schmiede. Okay. Wir können auch Sandy Shores zum Flughafen fahren. Ja. Ist das hier? Nee, bei von Truck-Folk zu werden, wenn man auch Fahrrad einfährt, ist auch dieses andere entspannte. Aber das hat so ein bisschen Terminator-Style. Aber die, das sind ja NPCs. Die weckt das gerade schon, ey. Und Birgi, wer ist hinter dir? Das sind die Feuerwehr-NPCs. Was machen die denn? Die verfolgen dies, Alter. Oh, oh, Vorsicht! Oh, Gott. Okay, okay, okay. War das Barry? Ja, nee, das war Zuckerschnute Bobbele hier. Bobbele ist wieder am Start. Oh, ich hab mir Steißbein gebrochen. Steh auf, Max. Steh auf. Ich hab mir was gebrochen. Steh auf. Oh, Alter. Über meine halbe Leiche darüber jumpen, ey. Eigentlich müsste ich mein Outfit anpassen. Ich bin zu leger angezogen für den Shit hier. Ja, komm, warte, warte, warte. Ich mach hier mein Wander-Outfit von damals, Alter. Ich hab schön ein paar Bruder-Brode hinten drin, Alter. Das ist mein Ding. Das ist mein Ding. So. Los geht's, Leute. Okay, auf geht's. Taros, du cheatest. Mit Fahrrädern. Fahrrad ist weg. Fahrrad ist weg. Ja, Spawn BMX hat er doch gesagt. Kannst du machen. Ja? Sicher. Geil. Das sieht einfach so nice aus mit diesem Outfit. Ja, danke. Eigentlich müsste ich mir auch nochmal ein neues Outfit zulegen jetzt. Aber ist egal. Tja. Tja. Das tut mir leid. Ja, es glaub wirklich. Ja, natürlich, ich glaub, das hat er doch gesagt, Alter. Ihr müsst auch über Autos rüberspringen, Jörg. Oh, Vorsicht! Wow. Oh, scheiße. Das müssen wir einfach mal machen. Du hast die Schlosscheife kaputt gemacht. Wo hieß denn, ey, neben mir? Das geht noch mal wie grün los, ey. Bleibt mal auf der Autobahn, die Richtung stimmt. Okay. Weil dann können wir von der Autobahn nachher nach links hoch auf den Mount Jalea. Na, wir wollen jetzt zum Sandy Shores Flughafen. Ja. Achso, ja, das geht von hier aus auf. Genau, deswegen. Dann bleibt auf der Autobahn. All righty. Das sind die Schellberge, oder? Weiß ich nicht. Das sind deine durchtrainierten Schenkel, die da... Das werden mal durchtrainierten Waden sein, Max. Siehst du sie? Wenn ich kurz... Siehst du sie? Ja, ich sehe sie. Siehst du sie? Guck mal hier, guck mal, guckst du dir an, Max. Guck mal, guck mal ganz kurz, was ich mache jetzt, das ist ganz wichtig. Ja, okay. Boah, Alter. Ja, das war aber nice. Sascha, wo bist du eigentlich? Ich bin so weit hinten gerade. Ja, wir warten, wir warten kurz. Lass kurz Brotpause, kurz Brotpause. Ja, aber ein Stück weiter. Die Raststelle hier. Ja, wichtig ist auch kurz absteigen. Jetzt wird schön was gefuttert. Snacks, ja, ich hab sogar was. Ich muss noch mal kurz was reinziehen. Charus, gönn dir doch auch noch kurz einen kleinen Drink. Guck mal, Ueli holt seine Champagneflasche raus. Nice, Alter. Dieses Mini-Came ist einfach so godlike, ey. Boah, ist aber mega die Sauerei hier, ne? Ja, Barmisch. Das kommt eigentlich jetzt... Wie Ueli auf seiner Blutspur ausgerutscht ist. Hast du das gesehen? Oder auf der Flasche. Ueli ist gerade auf irgendwas ausgerutscht. Hä, was ist das da hinter euch? So ein Vatertagswagen ist es hier. Ja, ja. Da ist ein Partywagen in dem Weiß. Ja, wie nice. Max, Vorsicht, Hand raus, Hand raus. Oh, guck mal hier, der hätte sich fast gestriffen jetzt hier gerade. Seit ich meinen Führerstand habe, muss ich ganz ehrlich sagen, dass so Leute wie du... Ich meine, das ist natürlich jetzt auch Köln geschuldig. Ich muss mir ein bisschen aufpassen, was ich jetzt sage, fällt mir gerade auf. Ne, ist alles gut. Ich liebe Fahrradfahrer, das wollte ich nur sagen. Alter, guck mal, diese Truppe, die hier biket, Alter, das ist genau mein Ding. Ich kann mich nicht umgucken. Wo kann ich auf der Tastatur nach hinten gucken? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Und auf den Controller, wie machst du das? Rechten Stick reindrücken. Ja, wieso geht mein rechter Stick nicht, Alter? Aber wieso? War die so mega schnell. Aua! Das habe ich jetzt gemacht. Ich habe einen Unfall gebaut. Du wurdest von hinten so angeditscht. Wie dein Bike einfach hier vor mir runtergekommen ist. Das liegt hier. Ja? Ich bin wieder da. Da kommt er. Dein Bike liegt hier noch, ne? Ja. Ab Neues. So, bei der Gabelung, den rechten Weg. Okay. Wie bei Fast and Furious. Links, Paul Walker, rechts. In Diesels Rolle. Und auf der linken Seite kommt gleich, äh, der Flughafen-Zendys. Alter! Hä, guck mal hier. Jetzt kommt er hier mit so einer TARDIS an. Was? Oh ja, tatsächlich. Vor mir haben wir fragt so, was seht ihr? Was seht ihr? Wie so ein Angegeilter, ne? Was seht ihr? Was seht ihr hier? Ey, sag die TARDIS! Sag mir, was ihr wollt. Sag mir, was ihr wollt. Sag mir, was ihr wollt. Wollt ihr auf den Mond? Ja. Auf Why Not, Alter. Ja, Leute, ich muss mal kurz weggehen, ne? Nein, was hier, Alter! Wie ist das zu steuern? Äh, es ist einfach nur fliegen. Also rechts hoch und links hoch. Einfach nur fliegen, okay. Wie das aussieht. Sooo. Wie das aussieht. Oh, Alter. Du wirst hier so angeballert. Hier ist das Scheun einfach reingerauscht. Wir holen dich da raus. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Hilfe, Hilfe. Ist doch schon... Ah, hey. Ah, nein. Oh, nochmal nachgetreten. So gehört sich das. Leute, dann soll es das für diese Folge gewesen sein. Hier wartet bereits der Inhalt der nächsten Folge. Eine kleine Offroad-Tour, Leute. Deswegen bleibt gerne natürlich dran. Schreibt morgen wieder ein. Oder wenn die nächste GDR-Folge kommt, schaut natürlich bei den anderen vorbei. Und dann bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss, euer Bergmann. Oh, die schriftstöfe. waving. Danke schön. Hung. Die 그러ab.